Hallo und Herzlich Willkommen zurück bei Elden Ring. Wir befinden uns in Noxtella. Macht die Kugel da hinten? Bis wohin kugelt die denn? Oh, das ist aber eine böse Kugel. Ja, ne? Äh. Ja, ne? Ah! Also ich finde 762 für die schon sehr gut. Wie viel würde man denn kriegen, wenn man nicht diesen Talisman dran hätte? Och, die habe ich wohl gesehen. Fächerdolche? Was ist jemand denn hier bei Steel Rising? Ja, so schnell kann es gehen. Ach, das ist so einer! Stimmt. So, und jetzt hätte ich gerne meine Runen wieder. Die komische Kohler fällt, die fängt erst an zu rollen, wenn... Da ist er! Zwei hat man gebraucht. Ah! Ow! Okay, jetzt können wir aber direkt da rein. Vielleicht können wir so ein bisschen abwerfen. Wir müssen die Kohler da hoch... Okay, ich habe einen Plan. Ich habe tatsächlich einen Plan. Wir müssen die Kohler da hinten... Ja! 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 Auch für! Oh, weg. Da ist die Cooler. Und jetzt sieht sie uns gleich. Ah, sie sieht uns noch nicht. Da unten war ich ja schon drin, gell? Oh, ich hab ja Kuhkries. Oh, ich bin libre. Out! Out! Oh, 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 oh. Komm raus, du. Komm. Ich drehe dir auf den toten Gebein deiner Schwester herum. Bruders? Au. Au. Oh. Oh. Wir sollten vielleicht erstmal unsere Runen zurückholen, bevor wir hier irgendwas veranstalten. Ach, hier. Das können wir aufmachen. Oh, da ist was Besonderes drin. Nachtjungfer und Schwertmaidpuppen. Ah, Nachtjungfer und Schwertmaid. Also Girls. Wir haben hier Girls. Girl Power in Noxtilla. Das ist mit der doofen Kuller da oben. Hä? Ich komme nicht rüber. Das ist mit der doofen Kuller. Krass. Kommst du hier rein? Ich seh dich. Oh. Das war mir mal sehr doof. Okay, haben wir das auch? Larvendreh, ne? Gut, dann gehen wir mal hier diese Brücke entlang. Da kommen jetzt keine mehr, oder? Eine reicht mir schon. Ich will nicht wissen, was es hier für ein Entgegner gibt. Kannst du nicht so eine riesen Kuller sein? Was ist hier nun passiert? Was ist da drin? Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass ich dich nicht sehe. Okay, warte mal. Wir gucken erstmal hier draußen. Wir gucken, was es hier gibt. Nichts. Leider. Leider gibt es hier nichts. Wir müssen die Kuller abkullern. Wir haben noch ein paar Kuckeries. Ein paar guckende Kuckeries. Komm, häng dich runter. Ich geh da nicht rein. Das kannst du vergessen. Komm runter. Geht doch. Dass ich hier mal gegen Stein kämpfe, hätte ich auch nicht gedacht. War das jetzt der einzige? Larvendrehne. Passiert hier noch was? Hier ist so viel Platz drin. Hier ist überall so viel Platz. Das ist nervvoll. Große Geistertal. Jetzt haben wir drei schon. Wie hoch können wir eigentlich unsere Dings machen? Unsere Geistertal-Träne? Geistertal-Träne. Äh. Unsere Imitator-Träne. Da oben waren wir noch gar nicht. Guckt mal irgendwie hin. Ja, das ist ja super gemein. Ach, guck mal. Da unten waren wir doch. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ja, da waren wir. Hätte man vielleicht an dem Hebel, wo wir nach unten gefahren sind, nach oben fahren können, wenn wir nach oben stellen. Da ist ein Licht. Also, äh. Hängt hier etwas an der Wand irgendwie? Schneckchen? Oder Plopse? Wo sind wir hier? Das ist ja mal sowas von Endboss, oder? Oder da vorne in der riesigen Kathedrale, oder was das wird. Da ist eine Kuller. Und ich habe so das Gefühl, dass die Türen zugehen, wenn ich da reingehe jetzt. Deswegen will ich da nicht unbedingt rein. Bin ich froh, dass die Türen zu klein sind. Nein, ich frage mich. Ten auf jeden Fall. Amen. FCuni sightse trainers. Ich frage mich. Mein le130er. Ich frage mich nicht mehr. Ich frage mich vielleicht. Was für ein Leben gek tok. Larventräne. Ich hoffe, die kommen nicht wieder, wenn ich hier sterbe irgendwo. Und wir wissen alle, dass das irgendwann früher oder später passieren wird. Oh, bin ich froh, dass es nicht aufgeht. Oh, ein Glück. Ich habe schon Angst gehabt. Ich habe schon gedacht, ich muss mich entscheiden, wo ich reingehe. Ähm, warum ist hier so ein langer Saal? Wer auch immer hier ist, tue mir nichts. Ich habe euch von der riesigen Kuller befreit. Boah, ich will sowas von einer Gnade. Ich bin über Dunkelschmiedestein 7. Das ist mir... Oh, wie das hier einfach aussieht. Okay, ich traue diesem hier ganz und gar nicht. Oh, hast du mich erschreckt. Was gibt es jetzt für mich? Oh, ein Dunkelschmiedestein. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt hier. Oh, wir können hier unsere Imitator-Träne rufen. Also geht es da drinnen voll ab, oder was? Ach ja. Oh, hab ich ganz vergessen. Flamme gibt mir Kraft. Das kann ich irgendwie nicht mehr machen. Ich will da nicht rein. Da drin ist bestimmt Kacke. Kommt alle zu mir wenigstens. Ja, bist du bereit, Freundin? Oh, oh. Die hat mich gebrochen. Der. Haben wir gewonnen? Madame? Ach nee, das viel liegt mir immer noch. Boah, sie macht gerade irgendwas. Und sie wirft auch... Werf sie ab. Mach sie kalt. Sehr gut. Kriegst du ein Däumchen. Ne, kriegst du einen guten Eintrag in dein Tagebuch. Cool. Wo ist sie hin? Ach nee, war es schon. Sie ist einfach gegangen. Hä? Hä? Hier geht's ja raus. Hier geht's ja raus. Oh, warte mal. Wir müssen erstmal gucken. Ne, gut. Alles gut. Alles gut. Mond von Noxtella. Wir gucken uns den mal an. Das hört sich interessant an. Äh, nee, nicht Status, das hier. Mond von Noxtella. Mond. Mond. Was macht man damit für die Absolution der Kirche der Gelübte? Ah. Mond von Noxtella. Was ist das? Mond. Mond, 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 Mond. Äh? Schlüsselobjekt hätte ich jetzt gedacht. Ah, wir hätten die Klangperle abgeben können. Mhm. Ist das doch kein... Was ist das? Mond von Noxtella. Margits Kette. Segen des Firmaments. Schleier. Oh, der bewegt mich hier. Der bewegt in der Nähe. Kopf eines jungen Ahngeistes. Hm. Hä? Ich hab Mond von Noxtella bekommen. Was ist der denn jetzt? Ach, nee. Hä? Jetzt willst du mich wieder verarschen. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dieses komische Sortieren geht überhaupt nicht. Erhaltende Reihenfolge. Ja. Wo ist es? Oder ist das ein Talisman? Gut, das ist ein Talisman. Ich nehme alles zurück. Erhöht die Anzahl der Speicherplätze. Hm. Sortieren. Sortieren. Äh. Objekttyp her. Okay. Gut. Ich hab mich umsonst beschwert. Passiert auch mal. Ich hätte jetzt trotzdem gerne Gnade. Was soll denn das? Hä? Ähm. 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 Fahren wir jetzt hier nach unten oder nach oben? Oh, wir fahren wieder nach unten. Wieso fahren wir immer nach unten, Mann? Ah! Wo bin ich nun? Ach, hier. Ah. Ah. Okay, wir holen es mal schnell wieder. Falls ich mal ganz schnell weg muss. So. Hier wollte ich doch eh hin. Glaube ich. Goldensaat, yeah. Da unten war man drin, oder? Ja, wir waren hier überall schon. Ich will nicht fragen, aber gibt es hier irgendwo einen Gegner? Vor allem, was mache ich eigentlich hier, wenn Hirani sowieso weg ist? Außer Schmetterlinge sammeln. Hm. Wieso bin ich hier nicht hochgegangen? Ich war doch hier irgendwo, oder? Ach nee, hier wäre man gar nicht hochgekommen. Ach so. Man musste über das Ding gehen. Was haben die denn da unten? Also, ich war mir nicht hochgekommen. So. Das ist so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mist Ich kann nicht weiter rüber, leider Ah, sie muss nach oben gehen Ah, scheiße So, und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag Bleibt gesund und bis morgen Tschüss